Bam! Tier auf... Karpator! Hatten jetzt noch nicht so viel... noch nicht so viel abgezogen. Aber schauen wir mal. Aber nichts hat passiert. Komm schon, Martin, komm schon, komm schon! Martin dauert ein bisschen lang. Ähm, kommen wir nochmal den Kyla. Gut gemacht, jetzt komm zurück. Gut gemacht, Martin. Hey, Kyla. Die Fischer am Anfang, die da immer nur das Karpator dabei haben. Da kann man schön seine Dinge aufleveln. Wobei es ja auch, ich weiß nicht in welchem Teil das war, in welchem Pokémon Teil, gab es ja auch diesen EP-Teiler, der war natürlich edel. EP-Teiler. Ich glaube, jedes Pokémon hat EP bekommen oder nur das Pokémon, das den EP-Teiler getragen hat. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber das war auf jeden Fall eine nützliche Sache, die hier ruhig auch irgendwie... die hier auf jeden Fall Anklang finden wird. Ich denke, jetzt kommt gleich wieder ein Margicorp. Gut gemacht, Sir Martin. Was hast du gelernt? Bestimmt tolle Sachen. Komm schon, komm schon. Oh, Martin, du Schlawine. Ja, ich will mein Pokémon wechseln. Yes. Martin. Geh raus und zeig, was du kannst, du schlawenzelnder Schlawine. Pfff. Okay. So. Pokémon. Und Wallen. Mach mal ein bisschen Amber drauf. Obwohl, da weiß ich gerade nicht genau, ob das Feuer jetzt gegen Wasser... Wie war das? Wasser gegen Feuer und Feuer gegen Wasser ist immer gut oder nur eins gegen das andere? Wahrscheinlich ist einfach nur Wasser gegen das Feuer gut, denke ich, ne? Wasser löscht das Feuer oder so. Aber man stellt sich immer so vor, wisst ihr, so ein Fisch? Und man macht... Man zündet den einfach übelst an, macht richtig Feuer unter dem. Dann wird der auch schnell gar. Hoppala, jetzt hab ich das Mikrofon weggekloppt. So. Okay. Tackle, ja. Mach doch... Was, Tackle? Hab ich... Ah, hier ist richtig gelesen. Es ist Level 15. WTF? Egal. Ich werde die Pokémon kämpfen. Bis sie sterben. Ne. Wie war das? Warte mal. Wie war das? Äh. Äh. Egal. Quick attack, los. Quick attack. Ich werde dich töten. Bis du bist tot. Bäm. Bäm. Komm schon. Hopp. Geh doch jetzt mal kaputt, du Dipp. Ja, mach schön dein Rumgehopse da. Du alter Moos-Dackel. Komm schon. Oh, da... Die Musik wird... Die Musik geht schon weg, weil das so lange dauert hier. Es ist so ein feetes Betel. Ja, komm, hau mal halt noch mal die Kacke hier drauf. Der Ferry's March Corp ist Tackle. Ja, Tackle mich in den Grund und Boden, du kleiner Hoden. Du roter Hoden. Bäm. Komm schon. Tschschsch. Was ein Treffer. Ach genau, ich hab auch gehört, ich hab das auch mitbekommen. Ich glaub, Samartya hat geschrieben, dass wohl die... Irgendwie der Ton am Schluss asynchron wird. Ich hoffe, du meinst... Ich hoffe, es ist der Ton von meiner Stimme hier zum Spielgemeins in den Ereignissen, weil das hab ich auch irgendwie feststellen können, dass es am Schluss leicht verschoben war. Ich hoffe nicht, dass der Ton innerhalb des Videos verschoben ist, weil dann wär's ne ganz, ganz haarige Angelegenheit. Aber so, ähm, muss ich gucken beim Schneiden. Da hab ich wohl am Anfang einen Fehler gemacht oder so und innen drin noch rumgeschnitten. Ja, klar, es ist nicht wirklich effektiv, aber es stirbt. Okay. Und ja, keine Ahnung, was ich da gemacht hab. So. Okay. Kommt jetzt noch ein Magikorps? Yes. So, Martin, hau rein. You've been awesome, Wallen. Come back. So, Wallen ist back gekommen. Hoffentlich ist es nicht so wieder so ein High Level hier. Ach, herrlich, herrlich. Okay, das ist so, ähm. Hey, hey, hey. Zing, ping, 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 ping. Okay, so. Jetzt kommt einfach mal Killer dran. Killer, schnellst du das Viech jetzt Hardcore um. Ja, mach doch irgendwas mit deinen Splashereien da. So Spittel die Splash Spittel die Purple So Quick Attack Ah halt mit mit Kratzer Oh Oder oder so Was für Geräusche macht das viel So Okay schauen wir mal was er Nein Er hat diesmal wirklich Eine merkwürdige Wahl getroffen Die man hätte nicht erwarten können So Letzter Letzter Fight Das zieht sich wirklich hart hin hier Okay los komm Level 5 lächerlich Komm EBN da darfst du auch nochmal draufhauen Binde EBN Oh ja mal gucken was aus dem Eichen da überhaupt wird Ich will doch auch mal Ich muss doch Und so weiter Ich muss endlich mal Vide mitnehmen Wide Ich hab dich schon mal gefragt Ich weiß es tut mir echt leid dass ich dich schon wieder verhuddelt hab Aber kannst du mir vielleicht hier unter dieses Video nochmal schreiben Wo ich genau Raupis finde Bin die schon vorbeigelaufen Oder werde ich Kann ich die noch finden Finde ich sie bald Und ja Wenn ich den Raupi hab Werde ich direkt deinen Namen reinsetzen Und dich ins Team reinnehmen Vielleicht werde ich auch einfach Killer rausnehmen Ich weiß nicht Ich bin ja hier zum Kommentieren Ich muss mich nicht auch noch da drinnen vertreten haben Als namentliche Nennung Und ja Sir Martin Gained Ion To Go 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 Job Fisherman Justin Was Defeated Splash Genau das hat er sich jetzt etwas zu spät gefragt Der Hammel Such Idiot He Is Fucking Idiot Was ist denn da hinten ist für eine Stadt eigentlich Aha Das habe ich nie übersehen Guck mal da Ein Stück Code Baby Fan Pädchen Oh je Ich will mal ganz kurz was schauen Hier war irgendwo Ne das war ja da hinten Ja das ist die andere Stadt Ich will kurz die drehenden Schilder sehen Sie drehen sich doch Sie drehen sich doch Aber ganz langsam Diese grafische Qualität Zeigt Höchstleistung Okay Ich denke ich gehe jetzt Ich gehe erstmal Wir gehen erstmal heilen Ihr wisst ja Lieber mal Einmal zu viel heilen Wie alle tot Und das ist nicht gut In der Statistik So werde ich übrigens auch bei The Last of Us versuchen Ich werde um 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 Alles in der Welt In Bewegung setzen Dass ich nicht sterbe Und in der Statistik Null Tode stehen habe Ich habe in der In der Kampagne Habe ich so einen bitteren Fail Was das angeht Gehabt Ihr wisst ja Spiele Perfektion Und sowas Ich bin Habe die ganze Zeit Nach bestem Wissen und Gewissen Gezockt Immer schön neu geladen Neu geladen Und immer geguckt In die Statistik Klar keine Kills Geil Äh keine Tode Keine Kills Ja bitte Ähm keine Tode Okay weitergespielt 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 Und habe dann irgendwann In die Statistik Reingeschaut Und habe aber dennoch Ich weiß nicht wo ich Deinen Fehler gemacht habe Aber ich habe dennoch Immer Neu geladen Und ich schaue am Ende In die Statistik rein Und habe tatsächlich Einen Tod drin Ich wäre fast gestorben Also wirklich am Ende Vom Spiel Also ich meine Gott habe ich mich Aufgeregt Das gibt es gar nicht Extra immer alles Neu geladen Und sowas Und dann sowas Und dann so eine Scheiße Naja 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 Bittere Pille Ich werde es jetzt eh Da neu spielen Jetzt mit euch Da Und dann Schreibe ich aber nicht Nochmal Da Sag ich euch Das ist clean Es ist intruding Wie du gehst Der Kämpfer Roland Dröhnelt Dröhnelt Will mit mir kämpfen So so Rolando Bäm 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 Mal gucken was er dabei Hat den Nidoran Oh dunkel laufen Nidoran Ich zerstöre dich Nidoran Okay so Hidden Power Mal schauen was er da jetzt macht Der Jumple Ah Wirklich sehr stark Die Stärke dieser Attacke Ist unglaublich Martin Martin komm back Nicht dass Martin auch die ganze Welt zerstört mit dieser Stärke Der Attacke So Vielleicht kann mir auch mal ein Crack sagen Was ähm Was ähm Martin so für Attacken lernen kann wird Oder sollte Welte Oh wow Das war ja wirklich echt effektiv So ne Kacke Oh nein Okay was nehme ich denn jetzt Scratch Use Use Thunderbolt Okay Scratch Scratch geht auch Komm Oh No Nidoran du Stück Stück Lila Kot Du Kacke Verdammt nochmal Oh Lebe ich noch nicht Ja Two times Ich habe noch getroffen Es langt jetzt langsam Scheiß die Wand an ey Das geht doch gar nicht Ich stehe mal direkt eine schöne Bodenattacke ab Nein du Energie Du fokussierst jetzt nicht deine Energie Er fokussiert die kristalline Kathese In seinem In seinem Paragraphensystem Komm schon Oh Oh nein Tja Jetzt hat er nämlich rote Kotkügelchen im Auge Und kann nicht mehr Kämpfen Bam Nein Nein Schmiert er mir auch noch sowas ins Gesicht Ist er behindert? Ach nur die Defense Lächerlich Sieht er mal eine schöne Flugattacke in die Fresse gedonnert Ja entgegengeschmettert hier Die Kraft Von EPN Sam Martin Gained Und was bekommen wir? Achso das ist schon vorbei Tja du Depp Ich wäre auch enttäuscht Wenn ich so behindert wäre wie du Mein Freund Geh mal uns high Aber wir fangen noch kurz ein paar Perkmärern vielleicht hier oder Wir gucken mal ob es hier was Neues gibt Ich bin jetzt nicht so weit Ich bin jetzt so weit Und ich bin jetzt so weit